Musik Hallo Leute, ich bin wieder aus dem Urlaub da und jetzt geht's auch wieder weiter mit Videos Ja und so war eigentlich jetzt ziemlich vielen, weil ich wollte ja dieses Unturn-Let's Play starten, ne Und ich hab mich jetzt die letzten Tage nicht überwunden, ein Battlefield Heroes Video zu machen, weil ich zu krank war Also das hätte sich dann wirklich immer so angehört, so Hallo, ich bin Scheiße Ja, deswegen hab ich jetzt ein paar Tage gewartet, bis es mir wieder ein bisschen besser geht, weil ich bin aus dem Urlaub ein bisschen krank geworden Und ja, mir geht's jetzt eigentlich ziemlich Ah! Lauf, warum bin ich nicht gestorben? Oh, Glück gehabt Mir geht's jetzt eigentlich auch wieder ziemlich gut So, dass man jetzt wieder Videos machen kann, auch mit Spaß, dass man jetzt keine Kopfschmerzen kriegt, wenn man zockt oder so Und ja, ich wollte unbedingt ein Battlefield Heroes Video noch machen, bevor ich das Let's Play starte Und ich muss das Let's Play, glaube ich, morgen starten, weil ich das im Trailer so angekündigt habe Aua, Aua Und deshalb heißt das, es kommt heute ein Video und eventuell morgen ein Video Also mit größerer Wahrscheinlichkeit Scheiße Weil, also ich werde mich jetzt nach dem Video dransetzen, dieses Let's Play, den ersten Part zu schneiden Weil bis jetzt ist erst alles aufgenommen und noch nichts geschnitten Weil die Zeit, die ich hatte vor dem Urlaub zum Aufnehmen, die habe ich halt genutzt, weil meine Eltern im Urlaub waren Und dann war das, war es ja halt im Haus ruhig und jetzt hat ja keiner gestört, genervt oder so Und deswegen konnte ich die Zeit, die ich hatte, jetzt nicht zum Schneiden verwenden Das mache ich dann halt auch, wenn irgendwer zu Hause ist, das ist ja egal Und konnte halt entspannt, ja, viel aufnehmen, ohne gestört zu werden So, ich habe in der Claw, ah, ich habe in der Claw 100 Raming Jeeps Also jetzt habe ich 104 gewonnen und wollte damit jetzt eigentlich mal ein bisschen rumspielen Weil ich steht nirgends so ein Auto Wollte damit mal ein bisschen durch die Gegend düsen Ja, wenn ich ein Auto finde, hoffentlich erinnere ich mich noch dran Da habe ich jetzt eigentlich Lust drauf Und, ähm, also was ich mit, also ich war mit Paul Der ist in dem Unturned Let's Play dabei Und mit Kevin, der ist auch in dem Unturned Let's Play dabei Mit den beiden war ich im Urlaub Und, ähm, da gibt es noch eine ganze Menge zu erzählen Aber weil Kevin noch eine Woche länger im Urlaub ist Können wir dazu jetzt kein Video machen, was alles im Urlaub passiert ist Wie das war und was wir alles abgezogen haben Nein! Scheiße Und deswegen warten wir halt noch eine Woche Und danach werde ich halt ein, ein, ein Video machen Wo wir halt dann alle drei so erzählen, was im Urlaub passiert ist Und wie uns der Urlaub gefallen hat Oh nein, scheiße Und ja, was wollte ich denn sagen Ich habe mich jetzt eigentlich noch gar nicht eingespielt Das ist jetzt meine erste richtige Runde Battlefield Heroes Und es läuft eigentlich wieder einigermaßen gut Hätte ich mir schlechter vorgestellt Ich hatte ja vor zwar schon in dem Server die Runde zu Ende gespielt Wow! Also das mit dem Quickscope, das läuft ja echt gut Also ich hatte ja, ähm, hier vor einer halben Runde Also fünf Minuten auf dieser Map hier gespielt Und mehr eingespielt hatte ich mich jetzt eigentlich nicht Also Fühlt sich an wie Fahrradfahren Man verlernt es einfach nicht Werdet ich will die Videos spielen Ähm, ja Okay, wo kommt? Nein Lasset mich hier Ruhe Ich hatte jetzt aber da vorne eigentlich nur einen gesehen Ich glaube, der wollte jetzt die Flagge holen Der ist denn irgendwie langgelaufen Ja, hier stresst einer Aber der ist jetzt auch wieder tot Oh, keine Ahnung Leute Mein Stirnnacken Der tut irgendwie gerade weh Au Ich sitze, ich sitze mega krumm auf meinem Stuhl Warte mal, wenn ich mich jetzt anlehne Ne, das geht überhaupt nicht klar Dann komme ich gar nicht mehr mit meiner Maus Also meine Tastatur ran Oh, mein Stirnacken Aber Putz Ich sehe jetzt hier gar keine Feinde so richtig Ne Auto, Leute Nein, geh weg Ja Ach, komm doch Das habe ich auch selten Dass mich Sniper aus dem Auto rausschießen Das habe ich wirklich sehr selten Wobei das nun eigentlich auch gar nicht die Sache ist Aber ich weiß nicht Ich habe das Gefühl Viele sagen sich dann einfach Bewegen das Ziel Ne, nö Habe ich keinen Bock drauf Oh, komm Hat sich einer von meinem Visier gestellt Fick dich Das ist kacke So Na, ich überlege noch Wie ich das Unturned Let's Play schneide Ob ich das jetzt wie ein Für Plays schnell zusammenschneide Oder Ja, warte Ich frage euch jetzt einfach mal Also Weil, ähm Wir haben sehr viel aufgenommen Wir werden auch viele folgen Aber soll ich das halt, ähm So wirklich wie eine Phil-Plays-Folge cutten Dass wirklich bloß die Heiligsten Highlights Im Video sind Oder wollte auch mal Ich habe mir das auch mal angeguckt Also Das ist eigentlich ein ganz entspanntes Let's Play Oder wollte einfach, dass ich Größere Stellen zusammenlasse Und langweilige Bloß rausschneide Also dass jetzt auch wirklich mal Einfach mal entspannte Szenen nur so dabei sind Ist meine Tootipel Ach scheiße, Mann Das ist mir jetzt so Ich haue da ab und zu meine Tootipel rein Weil, ähm Dann werden ja jetzt auch So Stellen dabei Wo jetzt wirklich keiner Irgendwie rumbrüllt Weil er abgeschossen wurde Oder so Sondern Nur ganz entspannt Ja, komm Wir gehen mal ein paar Rehe an Komm Wir schießen hier mal ab Also Wirklich Ein Let's Play Was man gucken kann Wenn man einschlafen möchte Also Ich gucke Also, naja Das hat sich gerade so übelst negativ belastet angehört Aber Ähm Ich werde schon Ein paar Highlights rausschneiden Aber nun nicht so Dass wirklich Die ganze Zeit Gebrülle im Video ist Also da habt ihr jetzt die Wahl Entweder die ganze Zeit Gebrülle Nein, ah du Pisser Oder Oder er Ähm Ruhig Und So Pro Minute Oder Eineinhalb Minuten Oder pro Minute Ein Bruller So Kevin, der Amok läuft Oder irgendwas Wird schon immer dabei sein Oder soll ich das Let's Play gar nicht schneiden Das ist auch eine Variante Aber Die Weiß ich nicht Weiß ich nicht Weiß ich noch nicht Ob ich das jetzt gar nicht schneiden soll Weil dann hätten wir viel zu viel Videomaterial Wir haben jetzt Wir haben jetzt glaube ich Sieben Stunden aufgenommen Und Das wären dann so viele Parts Das Will ich euch nicht zumauten Und dann Dann sind Da sind auch wirklich mal Stellen dabei Die sind zu lang Weil die möchte ich nicht zusammenlassen Wo wir dann einfach mal wieder alle gestorben sind Okay, Action, Action Und in Such Haben wir zum Beispiel Eine halbe Stunde lang gesucht Und dann will ich jetzt nicht Die halbe Stunde zeigen Wie wir uns Auf der Map da suchen Weil die könnte ich ja dann wegschneiden Okay Hä Das ist bestimmt nicht meine Tutor Weil meine ist eigentlich explodiert Ja Ein Natespam Ich weiß nicht Ich glaube ich ziehe mich lieber zurück Bevor ich jetzt hier nochmal sterbe Ich weiß gar nicht Wie oft ich gerade Warte mal Warte mal Warte mal Entschuldigung Ich habe wenigstens mein Headset Von meinem Mund bewegt Irgendwann würde ich gerade sagen Ach so ja Ich weiß gar nicht Wie oft ich gestorben bin Ich glaube ich habe ein KD von zwei Ich schätze mal auf dreimal Bin ich bestimmt gestorben Ein Auto Jetzt können wir die Raming Jeeps nutzen Woa Wieso ist der Pelle nicht gestorben Wieso ist der Pelle nicht gestorben direkt und ich habe fünf Leben da oder nicht im Haus ich würde den Weg gespringen das ist wirklich die Reaktion zählt aber nein werft ihr nächst beim Spast und nun nur 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 ich möchte man die Klinik und da und sobald der Fall sind steigt aus der Falle und ausgestiegen doch scheiße ich will eigentlich nicht sich bewähren ich will jetzt eigentlich nicht doch scheiße wo oh ja Eikon Einer in der Karte ich kann doch nicht mit dem Nails wenn weglaufen wenn der Eikon Eikon Eits das ist ärgerlich ein Geschenk komm ich will unbedingt immer aufstehen komm Vorsicht ich ganz langsam dumm 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 waa 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 nö stört er mich was soll denn das ich bin doch drei Leute losgefahren ist doch ein Witz alter ich geh auf K man ey triple roadkill ne dafür schnaube ich mir jetzt erstmal meine Nase hier fertig ne Scheiße haben die haben die seitdem ich weg bei und ein Update gemacht und Roadkills ausgestellt oder so komm wenn das jetzt noch mal passiert dann rass ich richtig aus ne 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 den krieg ne ok ich hab nur noch ich ok ich brenne nicht mehr ok das ist genug Leben für den Roadkill naja bitte danke wenn wir es jetzt schaffen einmal rumzufahren wir fahren jetzt einmal rum und kommen von hinten naja ok ich bin Deutscher zwölf zwölf ok 30 Sekunden da steht das Auto komm 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 ein schöner Roadkill oh ich bin zufrieden das hat mich jetzt zum Teil befriedigt jetzt ist mir egal ob wir noch einen kriegen oder nicht ja ne einen Roadkill oh wir kommen von hinten ah ok scheiße verfehlt machst du ja das kann ich jetzt nicht viel machen ja t-back mich ok gut Leute das war's mit meiner Runde Battlefield Heroes ähm mit meinem Video dass ich wieder da bin jetzt wisst das und mal sehen also ich bin eigentlich gezwungen das Video also das ist antörend letztlich zum Morgen zu schneiden mal sehen ob ich es schaffe ich glaube eigentlich schon ähm jo tschüss und bis zum nächsten Mal bei eurem Feier vielleicht gerne immer und das wird wahrscheinlich morgen sein tschau